Weltweit steigt die Zahl der Corona-Infektionen rasant an. Schwer betroffen ist nicht zuletzt Europa. Hotspots sind hier vor allem die Metropolen. Die Regierungen reagieren mit unterschiedlichen Maßnahmen, Städte werden abgeriegelt, Alkohol und Feiern verboten, Sperrstunden und Reisebeschränkungen verhängt. Das öffentliche Leben wird mehr und mehr eingeschränkt, solange es noch keinen Impfstoff gibt. Wir fragen deshalb Corona-Hotspots. Verliert Europa die Kontrolle? Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Punkt. Und das sind heute meine Gäste. Mira Fricke, Wissenschaftsjournalistin bei der Deutschen Welle. Sie sagt kurz und prägnant, Egoismus bringt uns nicht durch die Pandemie. Flamina Busotti, freie Journalistin aus Italien. Sie meint, Italien hat aus der Pandemie gelernt. Besorgniserregend sind dagegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Und Martin Meier, Wissenschaftsjournalist beim Deutschlandfunk Kultur. Er ist der Meinung, die Corona-Pandemie wird uns trotz wissenschaftlicher Fortschritte noch viele Monate beschäftigen. Deshalb müssen wir weiter mit Einschränkungen leben. Mira, weltweit gibt es fast 40 Millionen Corona-Infizierte. In Europa ist letzte Woche der höchste Anstieg der Corona-Fälle weltweit festgestellt worden. Wie würden Sie das Ausmaß der Krise in Europa beschreiben? Eher besorgniserregend oder ist es das, was zu erwarten war, wenn der Herbst kommt? Sowohl als auch. Ich finde, es ist besorgniserregend, was wir sehen. Aber ich finde, es war in keinster Weise überraschend. Wer jetzt auf diese Zahlen schockiert, reagiert, wer sagt, um Gottes Willen, das war ja gar nicht vorherzusehen, das ist einfach nicht wahr. Ja, wir haben gesehen, wie der Sommer sich entwickelt hat in Europa, wie die Leute genossen haben, mehr Freiheiten draußen zusammen sein, wieder mehr Gesellschaft. Aber sehr viele Experten haben gesagt, wenn der Herbst kommt, dann müssen wir wieder zurückfahren. Und das ist bis jetzt noch nicht so richtig passiert. Und deswegen sehen wir, glaube ich, jetzt das Resultat davon. Die so viel beschworene zweite Welle ist jetzt da, Herr Mayer, oder? Ja, sie ist auf jeden Fall da. Und es ist tatsächlich nicht wirklich so eine große Überraschung gewesen. Einfach, das haben uns Experten, Epidemiologen ja von Anfang an gesagt. Sie haben gesagt, es wird interessant, wenn wir im Herbst wieder mehr drin sind. Wenn es schwieriger wird, Abstand zu halten. Wenn wir in Großstädten, da erleben wir ja im Moment einen besonderen Anstieg wieder, alle mehr in zunehmend überfüllten S-Bahnen und U-Bahnen stecken werden. Und deswegen, wir sind mittendrin in dieser zweiten Welle. Und tatsächlich werden die kommenden Tage, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn wir sehen werden, wie sich das Infektionsgeschehen weiter verändert. Frau Bosotti, Ihre Heimat Italien, das schöne Italien, war zu Beginn der Krise im Frühjahr einer der großen Hotspots in Europa. Es gab eine Explosion von Infektionen im Norden des Landes, in der Lombardei vor allem viele Tote. Jetzt ist das Land eines der wenigen Länder, was keine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt bekommen hat. In Europa gelten Sie ja sozusagen fast schon als Vorbild. Was haben Sie richtig gemacht? Naja, als Vorbild auch am Anfang im negativen Sinne. In dem Sinne, dass wir zwei Wochen vor allen anderen erwischt worden sind. Also zwei Wochen und das Land war völlig unvorbereitet dafür. Das erklärt natürlich auch die sehr hohe Zahl an Toten. Wir sind, abgesehen von Großbritannien, immer noch das Land mit den meisten Toten. Also über 36.000 Toten. Allerdings, es sind verschiedene Restriktionen entschieden worden sind. Und in letzter Zeit, in der Tat, man hatte den Eindruck, das Ganze ist in den Griff bekommen worden. Jetzt haben wir wieder eine ansteigende Zahl von Infizierten, von Toten. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, also zum Beispiel von gestern, wir haben die Zahlen, die Statistiken bei uns, die sind 18 Uhr abends, nicht wie in Deutschland vormittags. Das heißt, die letzte Zahl, die man kennt, es ist wieder ein Rekord, über 7.300 und etwas Infizierten. Das ist der absolute Rekord, auch im Vergleich zum März. Allerdings muss man sagen, die Zahl der Tests ist fast sechsmal so höher jetzt als damals. Und die Toten sind natürlich viel weniger. Es sind gestern 43 Toten und der Höhepunkt im März war am 21. März. Da waren fast 800 Toten an einem Tag. Das heißt, doch, die zweite Welle ist auch bei uns da. Aber man hat irgendwie gelernt, ein bisschen besser damit umzugehen. Ich war vor kurzem in Italien im Urlaub und habe es sehr genossen, wie eigentlich immer. Aber auch festgestellt, dass die Italiener zum Beispiel sehr diszipliniert Masken tragen. Und zwar auch draußen. Also in der Fußgängerzone, da gab es Einbahnstraßenverkehr, der kontrolliert wurde von Polizisten. Fast jeder hatte eine Maske auf. Das ist wahrscheinlich das Rezept. Wo waren sie? In Benevento. Also im Südital. Ja. Das können Sie so bestätigen, ja? Ja. Also Italiener sind disziplinierter als Deutsche geworden. Also vielleicht aus Angst. Kaum zu glauben, aber wahr. Es ist auch so ein sozialer Wandel. Vielleicht die Angst, das wissen wir ja nicht. Aber ich meine, diese Bilder, die wir alle gesehen haben mit den Särgen von Menschen, das war schon ein nationaler Trauma. Ja. Also sowas. Und es ist unterschiedlich. Also es sind auch Regierungsmaßnahmen, die gewirkt haben. Zum Beispiel jetzt mit der Maske tragen. Es ist Pflicht draußen. Sowieso. Früher hat man das selber entschieden. Jetzt ist es Pflicht. Also es ist eine Mischung von persönlicher, individueller Verantwortung und Regierungsmaßnahmen, die gewirkt haben. Mira, in Deutschland reagiert die Politik, also Deutschland galt als Vorbild für viele Nationen. Jetzt reagiert die Politik zunehmend nervös, mit einem Wirrwarr von Maßnahmen, durch die keiner mehr so richtig durchblickt. Gibt es denn wirklich Grund zur Panik in Deutschland, wenn man jetzt zum Beispiel die Zahlen vergleicht? 7.000 Fälle, knapp 7.000 Fälle haben wir in Deutschland. Aber Frankreich zum Beispiel hat 19.000. Ja, Panik ist grundsätzlich normalerweise nicht gut, weil dann fällt man Entscheidungen oder verfällt in ein Verhalten, was grundsätzlich nicht vorteilhaft ist. Von daher Panik nein. Aber ich finde, das ist ein eindeutiges Alarmzeichen. Und natürlich, wenn wir uns auch anschauen, die letzten sieben Tage, wie viele Infektionen pro 100.000 Einwohner haben wir, und dann verschiedene europäische Länder vergleicht, dann steht Deutschland natürlich immer noch sehr gut da und eher im hinteren Bereich. Aber ich glaube, und das vermisse ich tatsächlich in Deutschland, ist, dass wir noch mehr von der Bevölkerung aus Initiative sehen, auch die Bereitschaft, etwas zu tun, für andere zu tun, Restriktionen einzuhalten. Auch vielleicht, wenn es nur Empfehlungen sind und keine strengen Regeln. Also möglicherweise, was Sie gerade schon angesprochen haben, vielleicht fehlt uns Deutschen, weil wir so glimpflich durch die erste Welle gekommen sind, ein bisschen so dieser Schock, also dieses Trauma. Und deswegen sind wir noch weniger bereit, bestimmte Dinge auch freiwillig zu tun. Und ich finde, das ist ein Problem. Und da müssen wir dran arbeiten, denn das wird nicht in den nächsten Wochen, Monaten gelöst werden. Wir sind uns, glaube ich, alle einig hier, dass sich der Kampf gegen Corona im Moment auf die Metropolen konzentriert. Dort ist die Ansteckungsgefahr durch die Bevölkerungsdichte naturgemäß am größten. Hier jetzt ein kleiner Vergleich, wie drei europäische Hauptstädte Corona in den Griff bekommen wollen. Hotspot Madrid. Die spanische Hauptstadt und umliegende Gemeinden sind abgeriegelt. Das betrifft gut vier Millionen Menschen. Rausfahren darf nur, wer beispielsweise zur Arbeit oder zum Arzt muss. Die Zentralregierung begründet den Notstand. Madrid sei für rund ein Drittel der Corona-Infektionen landesweit verantwortlich. Maximale Alarmstufe heißt es in Paris. Cafés und Bars sind geschlossen. In Restaurants gelten strengste Hygieneregeln. Alkohol auf der Straße, verboten, genauso wie größere Feste. Und die jüngste Maßnahme, nächtliche Ausgangssperren. Berlin setzt auf die Sperrstunde. Von 23 bis 6 Uhr müssen Bars, Restaurants und Geschäfte dicht machen. Und mehr als fünf Menschen dürfen sich nicht mehr versammeln. Partys gelten als Pandemietreiber. Ich wollte heute eigentlich hier meinen 20. Geburtstag feiern. Und ich war wirklich ziemlich motiviert und so. Und das mit der Sperrstunde ist jetzt halt wirklich schade, dass man halt jetzt hier echt nicht so frei leben kann. Wird die Pandemie in den Metropolen entschieden? Die Frage gebe ich gleich weiter an Sie, Mira. Ist es richtig, dass die EU-Länder sich auf ihre Metropolen, auf die Städte konzentrieren, weil dort der Kampf gegen Corona entschieden wird? Also es ist natürlich davon auszugehen, dass in großen Städten, wo die Bevölkerungsdichte größer ist, wo mehr Menschen zusammenkommen, in Bars, in Restaurants, wo auch tendenziell eher viele junge Menschen leben, die gerne ausgehen, dass wir da eher Infektionsgeschehen haben. Aber nicht nur. Also wir haben eigentlich in den letzten Monaten gesehen, dass sich das Virus sehr gut geografisch in alle Richtungen ausgebreitet hat. Also auch bevölkerungsarme Regionen. Es gibt doch Landkreise in Deutschland, die davon betroffen sind. Absolut. Also da kann man nicht sagen, das ist jetzt ein Problem, was nur in den Metropolen vorhanden ist und es wird nur in den Metropolen entschieden. Aber natürlich haben wir in den Metropolen eher eine Ausgangslage, wo viele Menschen zusammenkommen und dann eben auch mehr Infektionen hat. Herr Mayer, wir haben eben ein paar Beispiele gesehen, ein paar Maßnahmen von europäischen Städten gesehen. Ich will noch ergänzen, Portugal hat den Katastrophenfall ausgerufen, Frankreich den Gesundheitsnotstand. Staatspräsident Macron hat Ausgangssperren in Großstädten, Kontrollen und Strafen verschärft. Welche Maßnahmen halten Sie denn für sinnvoll und welche für weniger sinnvoll? Also ich glaube, grundsätzlich geht es bei den Maßnahmen jetzt auch in Deutschland, wir hatten ja jetzt ein politisches Hickhack gestern drum, geht es ja immer darum zu sagen, wir wollen die Ausbreitungsgeschwindigkeit reduzieren. Und wie machen wir das eigentlich immer, indem wir Abstand halten oder indem wir unsere sozialen Kontakte zurückfahren? Darauf zielen diese Maßnahmen ja alle ab. Was wir nur erleben ist im Moment, und das fand ich gestern schon bemerkenswert bei diesem Streit im Kanzleramt, wo es ja dann vor allem um die Frage eines Beherbergungsverbotes ging. Also dürfen wir woanders übernachten oder nicht? Und das ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht das Kriegs- oder zentrale entscheidende Element. Das ist es nicht, sondern es ist nur ein Verbund. Aber darum gibt es jetzt eben Streit. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr auch bei dieser ganzen Diskussion, die wir haben um Ausgangsbeschränkungen. Wir hatten in Deutschland ja nie eine Ausgangssperre, sondern um Beschränkungen, um das Reduzieren von Kontakten. Das funktioniert in Deutschland ja nicht, indem man da überall Polizisten hinstellt, sondern man braucht eine große Bereitschaft der Bevölkerung mitzumachen. Und wenn das zunehmend zu so einem politischen Hickhack wird, habe ich so ein bisschen die Sorge, dass dann die Bereitschaft auch zurückgeht. Und das wäre tatsächlich ein ganz großes Problem. Was halten Sie denn für sinnvoll? Was ist eine sinnvolle Maßnahme? Also in Deutschland haben wir ja diese Zahl mit 50, dass wir sagen 50 pro 100.000, also diese Inzidenz, da sagen die Gesundheitsämter, dann können wir die Kontakte nachverfolgen. Wenn wir das jetzt mal als Maßgabe sehen, würde ich tatsächlich sagen, ist es ganz sicherlich sinnvoll darauf zu achten, die Zahl von Zusammenkünften zu reduzieren. Ich persönlich glaube, deswegen ist es auch so hart das für Gastronomen ist, es ist sinnvoll, Sperrstunden einzuführen. Wir wissen, je später der Abend, desto kürzer der Abstand, weil das was mit Alkohol zu tun hat. Alkohol ist ein gutes Stichwort, Frau Bosotti. Lassen wir uns kurz darüber reden. Das hat ja eigentlich in der Geschichte noch nie funktioniert, Alkohol zu verbieten. Ich erinnere an die Prohibitionszeit in den USA. Trotzdem sinnvoll? Wenn man sich in irgendeine Regierung versetzt, muss man schon feststellen, man ist ein bisschen, man tappt im Dunkel. Also irgendetwas muss gemacht werden. Und da man glaubt, und es entspricht auch der Wirklichkeit, dass Alkohol einfach die Leute nach draußen treibt oder dass die Hemmungsschwelle sinkt, dann, glaube ich, macht es schon Sinn, da eine Regel vorzuschieben, dass man sagt, okay, ab. Bei uns zum Beispiel Lokalen, die keine Tische ausstellen, dann müssen sie nach 21 Uhr schließen. Und die Leute dürfen nicht vor dem Lokal sich versammeln und so. Also man kann schon alles kritisieren, aber irgendetwas muss man schon unternehmen vor einem Feind, den man wirklich niemand kennt in seiner Fülle und Gefährlichkeit. Ich würde halt ergänzen, gerade auch bei dem Alkoholverbot oder bei den Sperrstunden, ist halt immer die Frage auch, was macht die Bevölkerung dann da draus? Weil wenn sich dann anschließend außerhalb von Bars und Restaurants, das haben wir in den letzten Wochen auch in Berlin immer wieder gesehen, Jugendliche dann zusammenscharen. Dann in Berlin ist es ja üblich, man holt sich beim Kiosk ein Bier, trinkt es auf der Straße und wenn dann da große Menschenmengen zusammenkommen oder auch in England, vor einigen Monaten haben wir das gesehen, dass dann die Leute anstatt in den Bars sich an U-Bahnhöfen oder so auch in mehr oder weniger geschlossenen Räumen zusammengeschart haben, dann hat man das Problem natürlich damit nicht gelöst, sondern nur verschoben. An Orten wie Paris und Madrid reden ja schon viele von einem Kontrollverlust der Behörden. In den Niederlanden mussten teilweise schon die Notaufnahmen von Krankenhäusern in Städten geschlossen werden. Sind deshalb die harten Maßnahmen, die jetzt verhängt worden sind von den nationalen Regierungen wie Lockdown, Sperrstunden gerechtfertigt? Ich bin immer extrem hin und her gerissen, weil auf der einen Seite habe ich natürlich auch den Eindruck, meinen subjektiven Eindruck und so das Emotionale sagt, verdammt, das sieht so aus, als wenn es nichts hilft, den Leuten immer wieder gut zuzureden. Denn solange man da nicht mit dem Hammer kommt und mit den Regeln und den Strafen, wird sich nichts verändern. Dann habe ich aber gleichzeitig auch immer wieder den Eindruck, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Leute mehr Verständnis haben, warum das so wichtig ist, bestimmte Maßnahmen einzuhalten. Wir sind alle unendlich müde, wir können uns alle nicht mehr hören, Abstand halten und Maske anziehen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, weil wir wirklich noch Monate, wenn nicht noch ein Jahr, anderthalb Jahre damit beschäftigt sind. So lange meinen Sie, ja? Auf jeden Fall. Auch wenn der Impfstoff da ist, dann wird das nicht das Problem sofort lösen. Deswegen müssen wir auf einer anderen Ebene die Leute mitnehmen. Und ich glaube, dass es dafür eben auch wichtig ist, dass wir Kontinuität in die Maßnahmen bringen. Und dieses An- und Ausschalten von harten Lockdowns, das frustriert die Menschen total. Und da hat man dann eher Unmut. Und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, was so wichtig ist, ist, ein Großteil der Menschen hält sich ja daran. Das Problem an dieser Epidemie ist aber, das ist dieses exponentielle Wachstum, was wir so schwer verstehen. Das heißt also, diese Kurve steigt eben nicht langsam an, sondern sie explodiert ganz plötzlich. Und wenn eben selbst nur eine geringe Prozentzahl der Menschen sich nicht daran hält, dann haben wir solche Superspreading-Events, von denen dann auch immer wieder die Rede ist. Und deswegen braucht man eben so eine große Unterstützung dieser Maßnahmen. Und da ist natürlich, ich glaube, du hast völlig recht, es ist total entscheidend, das immer wieder zu erklären, zu erklären, warum das wichtig ist. Und eben gerade auch den Gruppen, die für sich vielleicht selbst sagen, mir passiert nicht so viel, Jugendliche zum Beispiel. Aber im Zweifel haben die auch eine Großmutter, die sie infizieren und die möglicherweise einen sehr, sehr schweren Verlauf nehmen kann. Wenn die Maßnahmen sinnvoll sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dann sieht die Bevölkerung das auch ein. Aber in Deutschland zum Beispiel, Sie haben es eben angesprochen, das Beherbergungsverbot kurz erklärt. Menschen, die aus Risikogebieten kommen in Deutschland, werden von einigen Bundesländern nicht mehr für Hotels und Ferienwohnungen zugelassen. Ist das wirklich sinnvoll? Ich kann den Sinn nicht so richtig erkennen. Also ich glaube, die politische Idee dahinter ist eigentlich zu sagen, Leute, reist weniger, bleibt dort, wo ihr seid, bleibt zu Hause. Das ist die politische Idee dahinter. Das mit so einem Beherbergungsverbot zu machen und darüber so zu streiten, das halte ich für tatsächlich wenig produktiv, kontraproduktiv sogar. Weil eben, glaube ich, da die Leute dann wirklich sagen, Moment mal, dann haben wir auch diesen Flickenteppich. Den haben wir in Deutschland immer aufgrund unseres föderalen Systems. Wir dürfen ja auch immer nicht vergessen, die Kanzlerin entscheidet gar nichts im Moment oder sehr, sehr wenig. Das machen die Ministerpräsidenten zum Teil, sogar die Gesundheitsämter vor Ort, also auf kommunaler Ebene. Aber der Vereindruck, der entsteht, der ist, glaube ich, verheerend. Und das Beherbergungsverbot ist ganz sicherlich nicht der entscheidende Baustein. Dann schauen wir mal ein paar Monate voraus, Frau Busotti. Weihnachten steht vor der Tür. Grundsätzlich ist es so, dass viele, viele Leute in Deutschland, und wahrscheinlich ist das in Italien ähnlich, ihre Familien besuchen, Familienfeiern abhalten. Da gibt es keine Beherbergungsbetriebe, die da zuständig sind, sondern die schlafen dann bei ihren Verwandten. Also die Zahl der Versammlungen ist mindestens in Italien, aber in Deutschland genauso reduziert worden. Das heißt, also in Italien darf man nicht über sechs Personen in einer privaten Wohnung. Es hat auch komische Aussagen gegeben von einem Minister, der einfach gesagt, er wurde gefragt, ja, und wie stellt man das fest, ob es sieben sind oder acht oder so. Dann hat er, also vielleicht unwissend das gesagt. Er sagte, ja, es werden dann Kontrolle geben. Daraufhin ist eine Flut von Protesten gegeben. Also wir sind ja kein Polizeistaat und wer kontrolliert was und so. Das heißt, diese Grenze zwischen Richtigkeit der Massnahmen und Freiheiten des Individuen, das ist schon ein großes Thema bei uns. Und dann, wenn Sie mir erlauben, wollte ich etwas zum Lockdown sagen. Bitte. Also ich glaube, alle Staaten, alle Regierungen passen sehr gut auf, zu sagen, es ist kein nationaler Lockdown, weil alle haben natürlich von den wirtschaftlichen Konsequenzen Angst, darüber zu reden. Und in Italien ist es genau so. Es gibt bei uns, es hat nur einen anfänglichen Lockdown gegeben, wobei die großen Unternehmen, die Fabriken, die Industrie, die haben weiterhin gearbeitet, die waren weiterhin geöffnet. Und jetzt gibt es lokale Lockdowns, also eine Stadt, eine Ortschaft und so. Also das heißt, mindestens in Italien, wo die wirtschaftliche Lage sowieso schon vor der Corona-Krise nicht besonders rosig war, man achtet schon sozusagen ein Äquilibrium zwischen Gesundheitsmassnahme und Wirtschaft, dass man die Wirtschaft nicht völlig kaputt macht. Weil wenn Sie reden von eineinhalb Jahren, welche Wirtschaft schafft es schon, zwei Jahre einfach den Laden zuzumachen? Ich glaube, nicht einmal Deutschland würde es schaffen. Schauen wir kurz auf Deutschland, Herr Mayer. Jetzt sind neue Maßnahmen beschlossen worden. Private Feiern sind beschränkt auf zehn Teilnehmer. In Italien haben wir gehört sechs. In Deutschland sind es zehn aus maximal zwei Haushalten. Gastronomie-Sperrstunde ab 23 Uhr. Ausgeweitete Maskenpflicht bei mehr als 35 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Kanzlerin Merkel, ist das nicht hart genug? Das hat sie eindeutig so geäußert, überraschend deutlich so geäußert. Was denken Sie? Ich glaube, dass es erst mal so richtig ist, das zu machen und eben tatsächlich die entscheidende Frage wirklich ganz viel bei uns selber legt. Wie lange halten wir uns dran? Und wir haben ja auch in Deutschland natürlich diese Diskussion. Das muss ja immer ein Ausgleich von Maßnahmen sein. Da ist epidemiologisch vieles wäre sinnvoll. Wir würden überhaupt keinen Kontakt mehr haben und sozusagen das Virus ausrotten. Das geht natürlich nicht. Es geht wirtschaftlich nicht. Es geht aber auch sozial nicht. Und bei der Kanzlerin, glaube ich, spielt im Moment natürlich auch mal so ein bisschen eine Rolle. Es ist ja eine auf Abruf, das dürfen wir nicht vergessen. Also sie steht nicht zur Wiederwahl. Das heißt, sie ist offenkundig eine besorgtere Kanzlerin, was das angeht, als vielleicht mancher ihrer Ministerpräsidenten, Kollegen, die natürlich auch im Zweifel vor einer Wahl stehen oder vielleicht politische Ambitionen haben. Und deswegen erleben wir da vielleicht auch so einen Ausgleich oder so einen Streit darum. Und das finde ich aber persönlich auch bei allem Mühsamen wichtig. Wir leben in einer Demokratie und da gehört das einfach auch dazu, darüber zu diskutieren, was ist richtig, was ist verhältnismäßig. Aber ich würde tatsächlich sagen, im Moment der Versuch nochmal, wir haben das ja alles schon erlebt, uns nochmal selber dran zu erinnern und drüber nachzudenken, muss diese Reise jetzt unbedingt sein zum Beispiel oder bleibe ich doch eher zu Hause? Das würde ich mir wünschen, dass wir da uns selber auch ein bisschen an der eigenen Nase immer wieder fassen. Stichwort Akzeptanz von Maßnahmen in der Bevölkerung, Mira. Ich habe diese Woche einen klugen Satz gelesen, der sagt, alle Maßnahmen, die die Freiheit der Bürger einschränken, und das tun sie ja, müssen zielgerichtet, verhältnismäßig und gut begründet sein. Ich denke, da können wir uns alle auf diesen Leitsatz einigen. Gefährdet denn die Politik im Umkehrschluss durch Maßnahmen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, die Akzeptanz in der Bevölkerung, sprich Beherbergungsverbot zum Beispiel? Ja, das kann gut sein. Also ich glaube, dass gerade dieses Heckmeck vor und zurück und dann Maßnahmen, die die Menschen nicht richtig nachvollziehen können, wo es auch dann von Fachseite oder von Epidemiologen sagt wird, naja, gut, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Damit kann man auch was verspielen. Und ich glaube, es ist natürlich wirklich wichtig in solchen Zeiten, dass die Politik nicht ihr Vertrauen aufs Spiel setzt, dass man eher dafür sorgt, dass die Menschen noch mehr Vertrauen gewinnen, weil sie dann auch sehen, bestimmte Maßnahmen, die die Politik vorschlägt, die die Politik durchsetzt, haben tatsächlich eine positive Wirkung. Also ist das sinnvoll und es ist für mich persönlich ertragbar. Ich sehe bestimmte Restaurants, Cafés, die Wirtschaft, nicht alles bricht völlig zusammen. Es ist zurückgefahren, aber es ist so ein Maß, in dem wir uns gut bewegen können. Ich glaube, das ist natürlich immer sinnvoll. Aber wir bewegen uns da auch immer wieder auf diesem sogenannten Prevention Paradox. Also sobald wir Dinge gut machen, die Maßnahmen gut einhalten, haben wir auf einmal sehr geringe Fallzahlen. Und dann denken die Leute, naja, das ist doch alles eigentlich irgendwie nicht so nötig. Also gehen wir raus. Und das ist eben der Fehler. Während wir uns in Europa über das Beherbergungsverbot streiten, sieht es in anderen Ländern der Welt völlig anders aus. Wir wollen Ihnen mal kurz ein Beispiel aus China zeigen. In der vergangenen Woche haben über 600 Millionen Chinesen ein paar zusammenhängende Feiertage für Familienbesuche und Ausflüge benutzt. Es gebe einfach keine lokalen Infektionen, behauptet die Führung in Peking. Nur Reiserückkehrer aus dem Ausland brächten das Virus ins Land. Dabei reagieren die Behörden gerade mit drastischen Maßnahmen auf aktuelle Infektionen. In der Küstenstadt Qingdao werden alle 9 Millionen Einwohner getestet nach einigen wenigen Corona-Fällen. Herr Mayer, taugt China als Vorbild oder ist das alles Propaganda fürs Ausland? Also China als Vorbild, damit habe ich aus grundsätzlichen Überlegungen ein Problem, weil es eine Diktatur ist und keine Demokratie. Deswegen wäre ich da vorsichtig aus diesen Überlegungen schon mal. Und dann kommt natürlich was Zweites dazu. Die Zahlen aus China sind seit Mitte März ungefähr so, dass sich die Zahl der Neuinfektionen bei einer zweistelligen Zahl bewegt. Das ist bei 1,3 Milliarden, würde ich ein Fragezeichen machen. China sagt insgesamt, es hat ungefähr so viele Fälle wie Portugal. Portugal hat, glaube ich, ungefähr 10 Millionen Einwohner. China 1,3 Milliarden, also 130 Mal so viel die gleiche Zahl von Infektionen. Auch ein Fragezeichen dahinter. Das heißt also, wir haben ganz, ganz viele Daten aus China einfach nicht. Das Land weigert sich ja weiterhin, die WHO ins Land zu lassen für eine Untersuchung. Deswegen als Vorbild taugt China meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und wie gesagt, auch die Frage, stimmen diese Zahlen so, wie sie sind? Belegen kann ich es nicht, aber ich habe zumindest mehr Fragen als Antworten. Nira, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie die Bilder gesehen haben von den Chinesen, eng an eng in Massen über die chinesische Mauer gelaufen? Was ist Ihnen da gefallen? Also ich glaube, uns geht es mittlerweile wahrscheinlich allen ähnlich. Sobald wir Menschenmassen sehen, haben wir irgendwie so einen Schockmoment, so Hilfe, Menschenmassen lassen. Das führt zu Unwohlsein, nur wenn man es im Fernsehen schon sieht. Aber ich glaube schon, dass auch wenn wir nicht hundertprozentig sicher sein können, was die Zahlen in China angeht, dass es nicht so ist, dass wir da ganz, ganz viele große versteckte Herde haben, die vertutscht werden. Und dass ein sehr wildes Infektionsgeschehen momentan in China ist. Ich glaube das nicht und ich glaube, dass deswegen auch die chinesische Bevölkerung sich Dinge leisten kann, wie beispielsweise für Festtage mehr Reisen und mehr Zusammenkommen, die sich eben andere Länder momentan nicht leisten können, weil sie ein anderes Infektionsgeschehen im Land haben. Ich glaube ganz grundsätzlich, wenn man China anschaut, dann klar, wir können das nicht als Vorbild nehmen, wir können das auch nicht nachmachen, was China da macht, weil China ist ein totalitäres System, ein Überwachungsstaat. Da sind ganz andere Mechanismen am Werke. Aber ich glaube, man darf auch da wieder nicht, was wir eben schon angeschätzt haben, das Kulturelle unterschätzen oder auch die Mentalität von den Menschen. Und die Menschen sind da häufiger bereit, Dinge aufzugeben für das große Ganze als hier in Europa. Frau Bosotti, Ihre Heimat Italien ist eines der führenden touristischen Ziele in Europa. Wie war denn der Sommer, der Corona-Sommer 2020? Der Sommer war, wie der Kollege sagte, Reisenaktivitäten sind auf null geschrumpft, vor allem von den Ausländern. Wir haben praktisch so gut wie keine ausländische Gäste gehabt, aber Italiener sind doch ans Meer, in die Region wirklich in einer Überzahl gefahren als sonst. Also zum Beispiel Apulien oder Sardinien, Sizilien und so. Das heisst, es hat schon eine sehr gravierende Lücke an den Einträgen aus dem Tourismus. Aber mehr oder weniger, es hat, also nicht Break-Even, aber es hat dank dem italienischen Tourismus, es hat die Lage ein bisschen wieder verbessert. Was jetzt angeht, was die Reisen und so, ich glaube, was die Auslandsreisen angeht, ist wirklich die Lust und die Sehnsucht, die zu machen, auf wirklich null geschrumpft. Intern in Italien schon, also es sind Züge, also zwischen Norditalien und Süditalien reisen die Leute schon. Aber die Angst hat schon ein bisschen einen, wie soll ich sagen, einen Film über das Land belegt. Sie haben eben von wirtschaftlichen Folgen in Ihrer Leithese gesprochen. Welche, befürchten Sie denn, sind die schlimmsten? Es sind natürlich, es sind viele Berechnungen und so viele Schätzungen. Eine, die ich vor kurzem gelesen habe, ist schon sehr schlimm von einer privaten Wirtschaftsgesellschaft, und zwar insgesamt an die 80 Milliarden Schäden. Und was das Wachstum angeht, man rechnet jetzt, es gibt sogar europäische als auch von der Regierung Schätzungen, also die Schlimmsten reden von einem Minus 11 bis, also weniger 9 Prozent könnte sein, und dann der erste Quartal natürlich viel stärker, und über das ganze Jahr, also wenn wir, sagen wir mal, mit Minus 9, Minus 8 davon kommen, wäre gut. Und nächstes Jahr ein Plus bis, ein Plus, ein Wachstum bis 6 Prozent Wachstum rechnet man. Das ist ja gar nicht so unterschiedlich, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Der Lockdown im Frühjahr hat natürlich sehr reingehauen, eine Riesenkerbe reingehauen und kostet uns auch Milliarden und Abermilliarden. Herr Mayer, jetzt haben wir jetzt alle gedacht, das mit dem Lockdown war es jetzt erst mal, und da kommt Herr Söder aus Bayern, der Ministerpräsident, und sagt, neuer Lockdown ist nicht ausgeschlossen. Wie stimmen Sie ihm dazu? Ich stimme ihm zu, ja. Ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen, und es ist tatsächlich etwas, was uns droht. Und wo eben die kommenden Tage, Wochen wieder entscheidend werden, also mich erinnert es ganz viel, wir haben viel über dieses Virus gelernt, die Wissenschaftler haben viel gelernt, wir verstehen mehr über die Ausbreitung. Es bleibt aber einfach eine Pandemie, es bleibt einfach weiterhin dieses Geschehen. Und ob wir jetzt im Sommer zu nachlässig waren oder nicht, ich glaube, das ist zu früh zu sehen, oder zu früh zu sagen, das werden wir dann irgendwann wissen. Aber dass so ein Lockdown zumindest droht, wenn sich das so weiterentwickelt, das ist schon tatsächlich der Fall. Wir haben in Deutschland heute so viele Neuinfektionen wie noch nie. Muss man immer dazu sagen, wir testen auch sehr viel mehr. Aber interessant finde ich den Befund, dass die Zahl der positiven Tests, die zurückkommen, seit August sich ungefähr verdreieinhalbfacht hat. Das heißt, wir haben also auch tatsächlich einen Anstieg von Neuinfektionen. Wenn das so weitergeht, würde uns möglicherweise noch mal so etwas wie ein Lockdown drohen. Aber ich glaube, das wäre vermeidbar. Es wäre vermeidbar, ich hoffe auch, dass es vermeidbar ist, weil die, also absolut für uns alle, und eben nicht nur wirtschaftlich, ich finde auch immer ganz entscheidend, wirklich sind die sozialen Folgen. Was heißt das denn, wenn Kinder nicht mehr in die Schule gehen, wenn Eltern plötzlich zu Hause Homeschooling betreiben, wenn wir diese berühmten vulnerablen Gruppen, also alte Menschen, wieder in Pflegeheime lassen und sie können keinen Besuch mehr haben. Wir haben aus Italien diese grauenvollen Bilder, alle, glaube ich, noch in Erinnerung, wo Menschen allein auf Gängen in Krankenhäusern gestorben sind. Das waren verheerende Bilder, die wir haben und die mich tief bewegt haben und bis heute bewegen. Und ich glaube, diese Folgen sind ganz, ganz groß, nicht nur eben wirtschaftlich, sondern auch sozial und absolut. Man kann es verhindern und ich hoffe auch, dass uns das gelingt. Ich würde gerne etwas hinzufügen zu dem Lockdown und den verschiedenen Politiker, die sich nach vorne tun oder nicht. Also man darf, glaube ich, auch den politischen Faktor nicht vergessen. In Deutschland genauso wie in Italien. Das heißt, jeder Politiker hat, es gibt immer eine Landtagswahl oder eine Parlamentswahl davor. Das heißt, die Politiker haben auch versucht, wie soll ich sagen, das große Thema Pandemie zu eigenen Zwecken irgendwie auszunutzen, wenn man das sagen darf. Also insofern Söder, der durchaus sich sehr gut profiliert hat in dieser Krise oder andere oder Spahn, von dem man, also jetzt redet man sogar als einen möglichen Kanzlerkandidat von Spahn. Der Gesundheitsminister. Ja, der Gesundheitsminister. Und bei uns genauso. Wir haben inzwischen Regionalwahlen in sieben ganz wichtigen Regionen haben stattgefunden. Das heißt, der politische Faktor spielt immer eine Rolle im Hintergrund. Jetzt haben wir viel gejammert bisher und wollen noch mal über was Positives reden. Die Corona-Lage wird sich dann offensichtlich langsam entspannen, wenn ein Impfstoff zugelassen ist und massenhaft eingesetzt werden kann. Und das könnte schon bald der Fall sein. Ein Werbevideo von BioNTech. Bald schon könnte die Mainzer Biotechnologie-Firma als erstes deutsches Unternehmen seinen genbasierten Impfstoff millionenfach produzieren. Mit dem US-Partner Pfizer. Denn BioNTech testet das Vakzin in der entscheidenden dritten Phase bis dato an 37.000 Probanden. Und zeitgleich läuft ein beschleunigtes Zulassungsverfahren der EU. Die Forschung ist im Moment gigantisch schnell. Aktuell gehen wir als Forschungsministerium davon aus, dass Mitte nächsten Jahres breite Teile der Bevölkerung geimpft werden können. Mit BioNTech konkurrieren zwei weitere deutsche Firmen. Nicht nur das. Die Weltgesundheitsorganisation WHO listet 180 Impfstoffprojekte, davon mindestens acht in der dritten Testphase. Wir sehen das weniger als Wettrennen gegeneinander, sondern um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und es wird sicherlich mehrere Zulassungen geben. Doch längst tobt ein Konkurrenzkampf darum, wann welches Land wie viel Impfstoff bekommt. Wer gewinnt den Wettlauf? Ja, dass es einen Wettlauf gibt, ist ja an sich nichts Schlimmes. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Was glauben Sie denn, wer wird das Rennen machen? Also ich glaube, dass tatsächlich Pfizer und BioNTech, aber auch AstraZeneca, die ja beide momentan parallel schon dieses Rolling Review-Verfahren eingeleitet haben hier in der EU, dass es gute Kandidaten sind, die Ersten zu sein in Europa, was auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das sind beides auch vielversprechende Projekte oder Ansätze. Sie haben ja zwei verschiedene Ansätze, was die Wirkung des Impfstoffs angeht. Aber ja, ich glaube, wir sollten trotzdem nicht vergessen, viele haben immer noch so ein bisschen den Eindruck, sobald dieser Impfstoff da ist, dann machen wir einmal und dann ist die Pandemie vorbei. Das wird nicht so sein. Das wird sehr, sehr lange dauern. Und wir müssen auch immer wieder bedenken, dass auch ein Impfstoff nicht bedeutet, dass wir von jetzt auf gleich die Infektion oder die Übertragung des Virus abschneiden können. Das wird sich noch weiterentwickeln. Und auch der Impfstoff, wir wissen es noch nicht, wie wirksam ist er wirklich. Das wird sich dann auch erst zeigen im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren. Und das kann sein, dass wir da immer noch weiter auch schleichend mit diesem SARS-CoV-2-Gruz tun. Aber ich glaube, man kann sagen, es wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung. Natürlich. Herr Mayer, nach welchen Prioritäten wird, wenn der Impfstoff da ist, er denn verteilt werden? Naja, also das wird dann nochmal die spannende Frage. Wir müssen gucken, wann kommt dieser Impfstoff. Und ich bin nicht ganz so optimistisch, was jetzt gerade, was wir im Beitrag von der Forschungsministerin da gehört haben. Das sind Impfstoffentwicklungen, geht ja in verschiedenen Phasen. Wir haben das unglaublich beschleunigt. Eigentlich dauert sowas zehn Jahre. Jetzt sind viele, viel Versprechende in der dritten Phase, ein gutes Dutzend weltweit. Sie müssen aber auch sicher sein. Und man kann das nicht beliebig verkürzen, dieses Verfahren. Also das ist ganz entscheidend. Und übrigens auch in Deutschland entscheidend, weil wir keine Impfpflicht haben. Die wird auch nicht diskutiert. Das heißt, die Menschen müssen sich dann auch impfen lassen. Es gibt den Impfstoff noch gar nicht, aber in Umfragen nimmt die Bereitschaft schon ab, das überhaupt zu machen. Es gibt also auch Skeptiker. Bei der Verteilung, glaube ich, wird es dann entscheidend tatsächlich sein, zu gucken, wo fängt man an. Denn man kann eben nicht alle auf einmal impfen. Das geht technisch nicht so einfach. Und ist auch vielleicht erst mal gar nicht so unbedingt nötig. Was heißt erst mal das medizinische Personal? Zum Beispiel, daran könnte man denken, an das medizinische Personal, eben an besonders gefährdete Gruppen, zum Beispiel Älter, wo man das macht. Das macht man bei anderen Impfungen übrigens auch, dass man die nicht flächendeckend ausrollt, sondern sagt, wer braucht sie ganz besonders. Mira hat ja eben schon gesagt, Frau Posotti, dass nicht alles gut ist gleich, wenn ein Impfstoff kommt. Sehen Sie das auch so? Ja, ich sehe es genauso. Also die Menschheit ist, also wir sind wie viele? 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Die Kommunikation ist wahnsinnig schnell und übergreifend. Also wenn Coronavirus sozusagen besiegt wird, dann kommt das nächste Virus wahrscheinlich. Also das heißt, ich fürchte, das ist so ein Wandel der Menschheit, wo wir alle uns ein bisschen verändern werden. Also unser Leben, unser soziales Leben ist einfach ein anderes geworden. Und ich fürchte, es wird schon auf Dauer so bleiben. Sicherlich, Mira, wird es ein Hauen und Stechen zwischen den Nationen geben, um darum, wer die meisten Impfstoffe bekommt. Wir haben von Donald Trump vor einigen Monaten schon gehört, dass er versucht, möglichst exklusiv das für die Amerikaner zu bekommen. Das wird nicht so sein, das ist klar. Aber dieses Hauen und Stechen zwischen den Nationen wird es wohl geben, oder? Wahrscheinlich leider ja. Und das finde ich persönlich einfach sehr, sehr traurig. Ich finde, das ist so eine Pandemie, die eben auch Menschen aller Bevölkerungsschichten, unterschiedliche Länder betrifft. Da müsste man viel mehr an einem Konzept arbeiten, was eine Solidarität und eine Gleichbehandlung aller Menschen irgendwie nach vorne bringt. Und wo man tatsächlich dieses Konkurrenzprinzip zwischen Ländern, aber auch zwischen Pharmakonzernen noch viel, viel mehr zurückschraubt. Ich möchte zum Schluss dieser Sendung kurz eingehen auf Schweden. Schweden ist ja ein Staat, der ganz andere Corona-Politik gemacht hat als der Rest Europas. Die haben auf Herdenimmunität gesetzt, hatten am Anfang damit keine guten Erfahrungen gemacht. Die hatten sehr, sehr viele Tote, dreimal mehr als die Deutschen. Aber mittlerweile gehen die Neuinfektionen in Schweden gegen null. Ist Schweden vielleicht doch in irgendeiner Weise ein Vorbild, Herr Mayer? Also die Herdenimmunität, das hat Schweden, die Niederlande haben das ganz zu Beginn auch mal versucht, wenn man das so nennen will, dieses Konzept ist ganz sicher gescheitert. Das kann man in Schweden sehen, weil es ging ja dann auch eben, in Schweden hat man sehen können, dass die Zahl der Toten vergleichsweise dann eben höher ist zum Beispiel als in Deutschland. In der ersten Phase war das so? Ja, in der ersten Phase. Aber auch jetzt ist es tatsächlich immer noch nicht so, dass man sagen kann, in Schweden funktioniert das alles so super. Die Schweden haben mehr auf Eigenverantwortung gesetzt, tatsächlich, da hat man gesagt, weniger Restriktionen, sondern mehr Eigenverantwortung bei den Schweden. Das hat nur bedingt funktioniert, weil man sich die Zahlen so anguckt. Das Prinzip der Herdenimmunität, das ist diskutiert worden am Anfang. Also was meint das? Man lässt das Virus ausbreiten und irgendwann sind genug Menschen, haben die Infektion durch und dadurch kann es sich nicht verbreiten. Dieses Prinzip ist wissenschaftlich nicht ernsthaft diskutiert worden. Es funktioniert übrigens auch bei anderen Erkrankungen nicht. Und wenn wir uns nochmal angucken, wie schwer es uns fällt, Masern auszurotten, wir in Deutschland schaffen das nämlich nicht. Das ist unser Ziel eigentlich. Da gäbe es einen Impfstoff, es klappt aber nicht. Und von Herdenimmunität sind wir da auch weit entfernt. Das halte ich für einen ganz, ganz gefährlichen Weg. Frau Bosotti, verliert Europa die Kontrolle? Wenn ich Ihnen ein Fazit bitten dürfte, wie würde das in aller Kürze bei Ihnen aussehen? Ich würde sagen, Europa war in der Gesundheitskrise, wie in manchen anderen Krisen, nicht besonders anwesend. Also man hat Europa ein bisschen vermisst, vor allem am Anfang. Nira, Ihr Fazit? Ich glaube, wir haben die Kontrolle noch nicht verloren, aber wir sind möglicherweise auf dem besten Weg dahin. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder auch an die Menschen zu appellieren, dass sie etwas tun für die Gemeinschaft, dass sie sich an Maßnahmen halten. Und mein großer Favorit ist nach wie vor die Maske. Herr Mayer. Ich hoffe auch nicht, dass wir die Kontrolle verlieren und versuche, da einfach weiter optimistisch zu sein. Es fällt mir nicht immer leicht. Aber wenn es mir schwerfällt, dann denke ich immer wieder daran, dass wir es noch vergleichsweise gut hier in Europa haben. Und manchmal hilft mir das persönlich, mich dann auch zusammenzureißen und zu sagen, jetzt ist es so und wir müssen da gemeinsam durch. Also nicht den Schweden nacheifern, sondern auf den Impfstoff setzen? Auf den Impfstoff vielleicht setzen und einfach eben auch selbst zu sagen, auf die Menschen, auf sich selbst zu vertrauen und dann im Zweifel zu sagen, vielleicht muss jetzt diese Reise gerade eben nicht sein. Ich bedanke mich bei Ihnen hier im Studio für die lebendige Diskussion. Das war auf den Punkt, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch an Sie für Ihr Interesse. Bis kommende Woche. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020